Diesen Relationship Purpose von dir zu kennen, der dich halt hauptsächlich antreibt, das kann dir eben helfen, auf der einen Seite die Männer für dich auszusuchen, die eben die richtigen Kandidaten sind und eben auch Entscheidungen zu treffen, ob du weiterhin mit einem Mann Zeit verbringen möchtest oder nicht, oder... Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und in der heutigen Folge geht es um deinen Relationship Purpose. Das Purpose ist Englisch für Zweck oder auch Bestimmung und Relationship bedeutet im Endeffekt Beziehung. Und was das im Endeffekt übersetzt bedeutet, ist sowas wie Beziehungszweck oder Beziehungsbestimmung. Und was ich mit Relationship Purpose meine, ist der Grund, warum du datest oder warum du eine Beziehung haben möchtest. Und dieser Relationship Purpose muss sich jetzt nicht unbedingt auf eine Beziehung beziehen, auf eine feste, sondern es kann sich generell einfach auf dein Datingleben beziehen. Und bedeutet im Endeffekt einfach der Grund, der Hauptgrund, warum du datest, warum du eine Beziehung haben möchtest oder eine Affäre oder eben Männer kennenlernen möchtest. Und natürlich haben wir alle viele verschiedene Gründe, warum wir Männer kennenlernen möchten oder auch Frauen, falls du bi- oder lesbisch bist. Aber im Endeffekt gibt es für jeden von uns immer einen Hauptgrund, der uns am meisten am Herzen liegt. Und es ist unglaublich wichtig, diesen Grund zu kennen. Denn wenn du diesen Grund kennst, wird es dir viel leichter fallen, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf dein Datingleben oder in Bezug auf dein Liebesleben. Weil es gibt ja immer wieder Situationen, in denen wir in unserem Liebesleben eine Entscheidung treffen müssen. Zum Beispiel, welches Beziehungskonzept wir auswählen oder welchen Typ Mann wir uns aussuchen. Ob wir einen Mann daten würden, der zum Beispiel andere Wert hat als wir. Ob wir einen Mann daten würden, der keine Kinder haben möchte, obwohl wir selbst Kinder haben möchten oder so. Also es gibt immer wieder Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Zum Beispiel auch, sagen wir mal, du bekommst zum Beispiel ein Jobangebot irgendwo am anderen Ende des Landes oder am anderen Ende der Welt. Und du hast jetzt die Möglichkeit, eine Fernbeziehung einzugehen oder eben Schluss zu machen. Das könnte eben auch so eine Möglichkeit sein, so eine Herausforderung sein, wo du eben eine Entscheidung treffen musst. Und was mir immer unglaublich geholfen hat, um Entscheidungen zu treffen, ist einfach zu wissen, was eben dieser Hauptgrund ist, was eben mein Relationship Purpose ist, was mein Hauptgrund ist. Und wie gesagt, es gibt mehrere Gründe. Also ich habe generell definitiv sehr viele Gründe, warum ich mich mit Männern treffen möchte. Aber es gibt eben meistens immer einen Hauptgrund, der wichtigste über allen anderen Gründen ist. Und das kann im Endeffekt alles sein. Das kann Familiengründung sein. Das kann sein, dass du dich selbst als Frau mehr entdecken möchtest. Das kann sein, dass du verschiedene Beziehungskonzepte ausprobieren möchtest. Also es kann wirklich jeder Grund sein, den du wählst, solange es, sagen wir mal, kein toxischer Grund ist, also ein gesunder Grund ist, kann jeder Grund sein, der halt für dich und deine Umgebung gesund ist. Und ich kann dir einfach mal ein Beispiel nennen dafür, was lange Zeit mein Relationship Purpose war und was aktuell mein Relationship Purpose war. Und zwar war es sehr lange Zeit mein Relationship Purpose war. Also mein Hauptgrund, warum ich Männer kennenlernen wollte oder eine Beziehung eingehen wollte, war einfach Wachstum. Das heißt, ich bin ein Mensch, der schon seit etlichen Jahren ein totales Interesse an Persönlichkeitsentwicklung hat. Und ich bin wirklich fast schon süchtig danach, immer wieder neues Wissen darüber zu bekommen, mich selbst weiterzuentwickeln, selbst zu wachsen in allen möglichen Bereichen. Und für mich war Wachstum vor einiger Zeit oder für sehr lange Zeit auch mein allerhöchster Wert. Das heißt, was ich dir auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, deine Werte zu kennen und auch immer wieder zu aktualisieren. Also ich überlege mir immer meine fünf Werte, die ich im Leben habe und an denen ich mich halt generell orientiere, wenn ich Entscheidungen treffe. Also nicht nur in meinem Liebesleben, sondern auch was zum Beispiel die Karriere angeht oder Privates angeht oder Freundschaften angeht. Also immer wenn ich nicht, immer wenn ich Entscheidungen treffen muss, die mir nicht leicht fallen, wo ich halt längere Zeit brauche, gucke ich mir halt meine Werte an und schaue an, welche Entscheidung diesen Werten am meisten entspricht. Das heißt, das kann ich dir generell sehr empfehlen, deine Werte zu kennen. Und für mich war sehr lange Zeit der allergrößte Wert eben Wachstum. Das lag sogar für mich einige Zeit lang noch über Liebe und über bedingungslose Liebe und über Freundschaften und so einfach Wachstum. Das heißt, dementsprechend hat sich vermutlich auch mein Relationship Purpose einfach geformt, dass es für mich in einer Beziehung einfach am wichtigsten war, dass man zusammen wachsen konnte. Also das heißt, sobald für mich der Punkt gekommen war, dass ich mit einem Mann, den ich getroffen habe, einfach nicht mehr wachsen konnte, dass ich das Gefühl hatte für längere Zeit eben, dass kein Wachstum mehr stattfindet, dass ich mich durch den nicht mehr weiterentwickeln kann, dass ich aber auch ihm bei seinem Wachstum nicht mehr helfen kann, ihn nicht mehr unterstützen kann, war das für mich eine Beziehung oder eine Bindung, die eben gar keinen Sinn mehr erfüllt hat. Also für mich war das einfach, wenn er weder mir beim Wachsen hilft, noch ich ihm beim Wachsen helfe, dann macht das für mich einfach keinen Sinn. Das ist für mich der höchste Wert, das ist für mich mein Relationship Purpose. Und wenn das dann einfach stocken bleibt, dann würde ich halt zum Beispiel die Beziehung oder die Bindung beenden. Das heißt jetzt aber nicht, dass es für alle Leute gelten muss. Also für andere Leute ist zum Beispiel Familienplanung vielleicht am wichtigsten. Das heißt, ihr Hauptgrund ist einfach, dass sie eine Familie gründen möchten. Und dann ist es vielleicht egal, wenn mal ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang sogar kein sonderlich großer Wachstum, persönliche Weiterentwicklung in dem Leben dieser Menschen stattfindet, solange eben das Ziel der Familienplanung aufrecht erhalten bleibt. Und ich glaube auch nicht, dass ein Ziel von einer Person einen höheren Wert hat. Das heißt, nur weil du dieses und dieses Ziel hast, heißt es eben nicht, dass das Ziel für eine andere Person genauso wichtig sein muss. Das nur nebenbei gesagt. Ja, und mit der Zeit hat sich das für mich einfach so entwickelt, dass Wachstum einfach ein Wert für mich geworden ist, der nicht mehr ganz so wichtig ist als früher. Der ist auf jeden Fall immer noch da, aber er ist einfach nicht mehr mein Top-Wert. Und was sich für mich über die Zeit einfach herauskristallisiert hat als mein aktueller Relationship-Purpose ist, dass ich Tantra praktizieren möchte oder dass ich auch meine sexuelle Weiblichkeit ausleben möchte. Das heißt, für mich ist aktuell in meinem Datingleben einfach der wichtigste Punkt, dass ich als Frau meine Weiblichkeit, also meine sexuelle Weiblichkeit erforschen kann und eben einen Mann an meiner Seite habe oder auch mehrere Männer an meiner Seite habe, die das eben unterstützen und die auch ein ähnliches Ziel haben und die auch Interesse daran haben, ihre sexuelle Männlichkeit zu erforschen, die generell Interesse an Tantra haben. Und ja, das ist mein Haupt-Relationship-Purpose und natürlich ist es nicht der einzige Grund. Ich habe weiterhin Interesse daran, dass man gemeinsam wächst, dass man sich bei seiner persönlichen Weiterentwicklung hilft, dass man gemeinsame Ziele hat für die Zukunft, dass man einfach Spaß zusammen hat und Freude und einfach den Augenblick zusammen genießen kann. Aber das ist eben mein Hauptgrund und für mich spielt das eine ganz große Rolle in der Entscheidung, dass ich halt merke, okay, wenn zum Beispiel ein Mann gar kein Interesse an Tantra hat oder gar kein Interesse daran hat, so dieses Spiel von sexueller Weiblichkeit und Männlichkeit auszuleben, würde der für mich als potenzieller Partner halt direkt wegfallen, weil das mein Hauptgrund ist. Und wenn er diesen Hauptgrund eben nicht, dem nicht dienen kann oder eben nicht dienen möchte, ist das eben auch nicht der, in Anführungszeichen, richtige Mann für mich. Und ja, eben diesen Relationship-Purpose von dir zu kennen, der dich halt hauptsächlich antreibt, das kann dir eben helfen, auf der einen Seite die Männer für dich auszusuchen, die eben die richtigen Kandidaten sind. Und eben auch Entscheidungen zu treffen, ob du weiterhin mit einem Mann Zeit verbringen möchtest oder nicht oder welcher Mann für dich vielleicht am besten geeignet ist oder ja, eigentlich in sämtlichen Dating-Entscheidungen auch, welches Beziehungsmodell du wählen würdest oder so. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Relationship-Purpose Familiengründung hast, macht es natürlich absolut keinen Sinn, einen Mann zu daten, der kein Interesse daran hat, Kinder zu bekommen. Also wenn das wirklich dein Hauptgrund ist, würde ich halt beim Dating alle Männer ignorieren, die eben keine Kinder haben möchten. Während, wenn du jetzt wieder einen anderen Relationship-Purpose hast, also wenn zum Beispiel Wachstum dein größter Wert ist, spielt die Familiengründung vielleicht keine große Rolle. Das heißt, wenn dein Relationship-Purpose jetzt Wachstum wäre und würdest gerne Kinder bekommen, wäre es aber eventuell einfach gar nicht wichtig, ob der Mann später Kinder haben möchte oder nicht, solange du eben mit ihm wachsen kannst. Das heißt, sagen wir mal, wir haben zwei Frauen und wir haben bei beiden eben denselben Konflikt. Beide wollen später Kinder haben, ihr Partner möchte das aber nicht, ihr habt keinen Kinderwunsch. Wenn du jetzt eine Frau hast, die als höchsten Relationship-Purpose Familiengründung hat, würde ich dieser Frau eben raten, trifft dich weiterhin nicht mit diesem Mann, weil er bedient diesen Grund nicht, diesen Relationship-Purpose nicht. Warum solltest du dich weiterhin mit ihm treffen? Während, wenn ich jetzt eine Frau neben mir hätte, die sagen würde, mein größter Relationship-Purpose aktuell ist Wachstum, würde ich halt sagen, es spricht dann grundsätzlich nichts dagegen, dich weiterhin mit diesem Mann zu treffen. Wenn er dir halt dabei hilft, weiter zu wachsen und dich weiterhin in deiner persönlichen Weiterentwicklung zu bekräftigen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass andere Faktoren unbedingt ausgeschlossen werden müssen. Das heißt, wenn die Frau mit dem Relationship-Purpose vom Wachstum jetzt sagen würde, ja, aber mir ist Familiengründung auch so wichtig und das ist für mich einfach auch ein großer Wert, dann kann man natürlich sagen, okay, auch wenn der Mann dir beim Wachstum hilft, wenn dir das wirklich so wichtig ist, und du hast vielleicht einen anderen Mann, der beides erfüllen kann, dann würde ich natürlich eher sagen, dann such dir natürlich lieber einen Mann, der dich beim Wachstum unterstützen kann und in der Familienplanung. Aber generell kann dieser Relationship-Purpose einfach eine Möglichkeit sein, um halt für dich selbst zu wissen, was das Wichtigste ist und wenn du weißt, was das Wichtigste in einem Lebensbereich ist oder auch generell im Leben, wenn du halt deine Werte auch kennst, fällt es dir halt viel leichter, schwierige Entscheidungen zu treffen und nicht Ewigkeiten darüber nachzukrübeln, was die richtige Entscheidung ist. So, jetzt fragst du dich vielleicht noch, was deine Relationship-Purpose sein können und ich habe jetzt schon drei genannt, also auf der einen Seite Familiengründung kann einer sein, Wachstum kann einer sein, das Praktizieren von Tantra oder eben so die Erforschung der eigenen Sexualität kann ein Grund sein. Und ich werde einfach noch ein paar weitere Purpose nennen, in denen du dich vielleicht wiederfinden könntest. Aber wie gesagt, im Endeffekt kann eigentlich jeder Purpose, der halt für dich und für andere Leute gesund sind, gesund ist, kann eben eine Möglichkeit sein, das ist Purpose zu wählen. Ja, aber ein weiterer Punkt, der mir da eben einfällt, der ein Relationship-Purpose sein könnte, ist, einfach den Moment zu genießen. Das heißt, vielleicht hast du keine große Familiengründung, vielleicht bist du auch gar nicht so daran interessiert, dir als unbedingt persönliche Weiterentwicklung mit deinem Partner zu praktizieren. Vielleicht ist dein größter Wert in deiner Beziehung oder in deinen Affären einfach den Moment zu genießen. Wenn das jetzt zum Beispiel der Fall wäre, dann würde zum Beispiel die Zukunft mit deinem Partner keine allzu große Rolle spielen, solange du eben weißt, dass du den Moment mit deinem Partner genießen kannst. Was ein weiterer Punkt sein könnte, wäre zum Beispiel einfach eine entspannte Zeit zusammen zu haben. Das heißt, wenn du den Wert hast oder den Relationship-Purpose hast, einfach eine entspannte Zeit zu haben und möglichst wenig Anspannung zu haben, einfach möglichst relaxed zu sein, dann triffst du natürlich ganz andere Entscheidungen, als wenn dein gemeinsamer Relationship-Purpose Wachstum ist. Wenn es um Wachstum geht, dann geht es nicht immer unbedingt darum, jederzeit entspannt zu sein und jederzeit immer irgendwie gut gelaunt miteinander zu sein, sondern dann geht es eben darum, auch unangenehme Sachen zusammen auszuhalten. Wenn es eben eurem Wachstum dient, während wenn du wirklich einfach, sagen wir schon genug Wachstum, also vielleicht ist es ja so, dass du einfach in deiner Karriere, in deinen Hobbys oder so schon genug Wachstum hast und du sehnst dich in deiner privaten, in deinem privaten Dating-Bereich, wirklich einfach danach möglichst entspannt zu sein und möglichst frei von Sorgen zu sein und möglichst frei von sämtlichem Drama zu sein. Und wenn das zum Beispiel für dich der höchste Relationship-Purpose wäre, würdest du natürlich eher, würdest du zum Beispiel, wenn es darum geht, sollen wir jetzt einen Moment haben, der sehr stressig sein könnte und der Auseinandersetzung bringen könnte, der uns aber beide in unserem Wachstum stärkt. Wenn es jetzt darum geht, sowas zum Beispiel zu entscheiden, würde man sich natürlich eher gegen Wachstum entscheiden, lieber sagen, ich habe schon genügend Wachstum in meinen anderen Bereichen, mir ist der Wachstum nicht wichtig, mir ist es jetzt einfach wichtig zu entspannen und den Moment zu genießen und ja, einfach ganz relaxed zu sein. Das heißt, das könnte ein weiterer Relationship-Purpose sein. Ein weiterer Relationship-Purpose könnte eine gemeinsame Mission sein. Das heißt, vielleicht bist du zum Beispiel Unternehmerin oder hast eine besondere Mission in deinem Leben, die du unbedingt erreichen möchtest und diese Mission ist dir einfach so unglaublich wichtig, dass du einen Partner an deiner Seite suchst, der eben genau dieselbe Mission hat. Und da geht es dann vielleicht weniger um Kinderwunsch, noch um Wachstum in anderen Bereichen, noch großartig um die Sexualität, was natürlich alles auch wichtige Kriterien sein können, aber vielleicht spielt es für dich einfach die wichtigste Rolle, dass dein Partner deine Mission unterstützt. Das heißt, eine Frau, der zum Beispiel die Familiengründung sehr wichtig wäre, die aber auch eine Mission hat, also sagen wir mal, du hast jetzt eine Frau, die wir in der Familie haben, aber die hat auch eine berufliche Mission. Wenn bei ihr jetzt aber im Vordergrund die Mission steht statt der Familiengründung, würde sie halt sagen, okay, eventuell verzichte ich dann auf eine Familiengründung oder schiebe das weiter hinaus in die Zukunft, solange ich mit meinem jetzigen Partner eben diese Mission erfüllen kann. Während wenn eine Frau zum Beispiel eine berufliche Mission hat und Familienplanung, sie sagt, aber für sie ist die Familienplanung wichtiger, würde sie halt vielleicht sagen, okay, ich verzichte eventuell darauf, dass mein Partner eine ähnliche Mission, eine ähnliche berufliche Mission wie ich hat und ich konzentriere mich dafür lieber auf einen Partner, dem eben Kinder sehr wichtig sind. Also da kann man eben erkennen, je nachdem, was für ein Relationship Purpose man hat, je nachdem, was einem wichtig an einem Partner ist, kann man eben ganz andere Partnerwahlen treffen und da spielt jetzt auch eine ganz andere Rolle, welche Ziele, welche Hobbys und so weiter der Partner hat, je nachdem, welchen Purpose man da eben hat in seinen Dating-Angelegenheiten. Der Relationship Purpose kann aber auch einfach Liebe sein, das heißt, es könnte auch einfach sein, dass du sagst, mein Relationship Purpose ist nicht Wachstum, ist nicht irgendwas mit Sexualität, ist nicht irgendeine Mission, die ich erfüllen möchte, das ist einfach nur Liebe. Aber ich möchte einfach nur Liebe geben, Liebe praktizieren und Liebe erhalten und da würde es natürlich Sinn machen, einen Partner zu suchen, wo du einfach das Gefühl hast, dass die meiste Liebe fließen kann, dass du dich am meisten geliebt fühlst, dass du ihm, dass er am empfänglichsten für deine Liebe ist. Ja, also wie man sehen kann, es gibt wirklich viele verschiedene Formen von Relationship Purposes, das ist auch für jede Frau unterschiedlich und es verändert sich auch. Also ich würde jetzt sagen, wenn dein Relationship Purpose etwas ist, was dir wirklich am Herzen liegt, was dir wirklich wichtig ist, also wenn das wirklich dein richtiger Relationship Purpose ist, dann würde sich das jetzt nicht jeden Tag ändern. Das heißt, du wirst jetzt nicht morgens aufwachen und sagen, heute ist mein Relationship Purpose Wachstum, am nächsten Tag ist es Familiengründung, am nächsten Tag ist es das Praktizieren von Tranta, am nächsten Tag ist es, die Welt gemeinsam zu erkunden. Also ein Relationship Purpose ändert sich jetzt nicht unbedingt jeden Tag oder jede Woche, aber es ist natürlich vollkommen normal, dass es sich über die Zeit hinaus eben entweder weiterentwickeln kann oder eben auch komplett verändern kann. Also wie gesagt, für mich war es halt lange Zeit einfach Wachstum, weil es für mich einfach ein wichtiger Hauptwert war und dann ist es eben für mich so dieses Praktizieren von Sexualität geworden, von so heiliger Sexualität oder Tantra oder diesem Spiel von weiblicher und männlicher Polarität. Das trifft es eigentlich besser, das sexuelle Ausleben von weiblicher und männlicher Polarität, weil ich das einfach super interessant finde, das Thema. Und das kann halt sein, dass in einem Jahr oder in zehn Jahren oder wie auch immer mein Relationship Purpose ganz anders aussieht. Also es ist kein Problem, wenn sich das über die Zeit ändert. Aber ich lade dich einfach mal ein, jetzt nach der Podcast-Folge einfach mal darüber nachzudenken, was dein Relationship Purpose ist, warum du in einer Beziehung sein möchtest oder wenn du aktuell keine Beziehung haben möchtest, warum du überhaupt Männer kennenlernen möchtest. Und falls du aktuell einen Partner hast oder einen Mann hast, mit dem du dich triffst, eben mal zu überprüfen, wie sehr erfüllt denn die Beziehung oder die Affäre, die ich habe, den Relationship Purpose, den ich habe. Und wie sehr wird es dem gerecht, weil ich glaube, dass das Glück in einer Beziehung oder in einer Affäre auch sehr stark davon abhängt, ob eben der Relationship Purpose von beiden Menschen erfüllt ist. Und genauso wichtig, wie es ist, deinen eigenen zu kennen, ist es natürlich auch wichtig, den Relationship Purpose von deinem Partner zu kennen oder den von deiner Affäre oder wie auch immer. Gut, das war es mit der heutigen Podcast-Folge und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis bald! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020